Da unten ist doch jetzt sicher gleich wieder einer. Oder da oben sind doch jetzt gleich sicher. Ja, da sind wieder so. Genau. So, Saugnäpfe. Also manchmal könnte man meinen, die haben echt fast Angst. So wie die im Auto flucht sind. Ja, sie wissen halt, dass sie nicht durchkommen und mich nicht erreichen. Das ist halt das Entscheidende. Ja, nicht mehr lange. Hier oben sind noch ein paar. Ja, einzigen, dann wird er aber nicht, Jungs. Und hier, komm, 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 auf die Flucht. So. So, haben wir hier auch aufgeräumt. Und das müsste demnächst mal wieder eine Stufe anstehen, wenn ich mir da das oben so anguck im Eck. Das finde ich doch schon mal sympathisch. Also zurück. Und dann wird hier mal gespeichert. Hui, ich bin schon fast drei Stunden ohne Unterbrechung im Aufnehmen. Ah, und ich darf mir das dann alles noch anhören. Das ist ja... Boah, nee. Geht ja gar nicht. Wieso laufe ich eigentlich? So. Da hinten lang will ich noch. Und da lang. Genau, und dann geht's hier oben noch ein. Das dürfte eine Sackgasse sein. Da hat er aber Glück gehabt, ey. Hat er gerade noch rechtzeitig gemacht. Zack, zack, zack. Zack. Der hier. Sind wir hier durch? Ja, hier sind wir durch. Und dann haben wir den aktiviert. Und dann geht's da rein. Du willst mir jetzt sagen, da ist wahrscheinlich nichts mehr, ne? Da ist dann hier aus. Oh. Nicht da reinlaufen. Nicht da reinlaufen. Umbrätseln. Ja, aber nicht da reinlaufen. Gut, ein weniger. Sehr schön. Ja, und dann haben wir den auch. Gibt es hier noch was? Nein. Nein, dann sehen wir hier auch durch. Das hätten wir eigentlich gleich machen können. Verdammte Axt. Okay. So, hier unten müssten wir dann ja jetzt überall gewesen sein. Ich mach einfach nur mal... ...der Sicherheit halber. Ach ja, komm, geh hier rein. Zack, zack. Ja, das war's. Und auf der anderen Seite waren wir, soweit ich weiß, auch jetzt überall. So. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich... ...in der Mitte nach oben. So, da drüben waren wir überall. Ja, da waren wir überall. Da hinten waren wir auch schon überall. Dann geht's ja jetzt bloß noch hier in der Mitte nach oben. Das sieht ja alles schon mal sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Und dann geht's ja doch einmal im Karree um den Land, oder? Passt so aus. Zack, zack. Ikarium, Ikarium, Ikarium. Ich bin da immer so ein bisschen paranoid, was mit jemandem in den Rücken fallen anbelangt. Und dergleichen. Deswegen nehm ich lieber ein paar Umwege in Kauf. Um dann wirklich, äh, auf der sicheren Seite zu sein. Ja, Schnuffelnase. Wer klickt denn da drauf? So, hier sind auch keine Gegner. Dafür sind hier welche. Ja, und für dich ist mein Schild gut genug. Na, komm schon. So, und hier. Und dann geht's auch wieder zurück, weil ich jetzt quasi den Weg von unten reinlaufen möchte. Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. So, genau. Weil, hier gibt's jetzt nämlich wieder meine Lieblingsgegner. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Oh, ich will jetzt vor allem zum Speicherpunkt jetzt. Okay, einer weniger. Noch mal einer weniger. Raus hier. Autsch. Das hat wehgetan. So, du bist weg. Du hast mich getroffen. Das ist doof. Ich hab hier ein Schild und... Autsch. Ich hab gedacht, ich krieg hier irgendwann mal wieder ein Energiepac. Autsch. Aua. Aua. Nächster. Versuch's mit jemand anderem. Nicht mit mir. So, hier gibt's ne Helmaufwertung. Au, der sieht gut aus. Au, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da sieht gut aus. Max Energie 43. Max Energie 43. Könnte aber auch nicht. Schild ab. Aufwertung. 72. Helmaufwertung. 1558 Schild. Das hier ist 51 Schild. Dann mach ich das doch so. So und so. Ich hätte auch Max Energie reinpacken können. Dann mach ich in dich. Ähm. Max Energie. Und dann sollte ich ja. Gut, war vielleicht ein bisschen übertrieben, dass ich's jetzt schon gleich verschrottet hab. Aber. Dann sollte ich jetzt ja vorbereitet sein. So halbwegs. Nase juckt. Geschütz-Dronnen. Aufseher. Aufseher. So, und hier gibt's den Erste-Hilfe-Pack. Ich könnte viel mehr Erste-Hilfe-Packs vertragen. Und die Karte will und will nicht aufhören. Das ist unglaublich. Hörst du mich noch? Laut und deutlich. Ich habe hier etwas gefunden. Große Tanks. Das Ikarium ist zu flüssigem Treibstoff raffiniert. Wie groß sind die Tanks? Zu groß zum Tragen. Und was jetzt? Es zeigt noch eine stärkere Energiequelle an. Weiter innen. Mit den Alien-Robotern werde ich schon fertig. Ich gehe weiter. So, also, er geht weiter. In aller Ruhe. Immer weiter und weiter und weiter. Und du bist... Hopsi. Und du bist Hopsi. Nein, du bist nicht Hopsi. Aber jetzt bist du Hopsi. So. So, es geht immer weiter. Ich gehe jetzt mal zur Seite. Einfach weil ich davon ausgehe, dass da nichts Großartiges mehr sein wird. Und wie es aussieht, habe ich mich getäuscht und mal wieder zu viel auf den Teleporter geklickt. Ich gehe jetzt mal zur Seite. So, Ikarium, Helm. Ikarium und Ikarium. Und dann hier doch. Ah, eigentlich wollte ich da oben auf den Speichelpunkt, fällt mir da gerade ein. Ja, jetzt mach doch. Computer, was sagt der Computer? Nachrichten, Informationen, Missionen. Achso, Missionen, ja. Komm her. Ja, genau, lauf rein. Voll rein. So, Ikarium. Helm. Und dann gehe ich erst mal da unten lang. Oh, hier gibt es gerade gar keine Gegner. Eins, zwei, drei. Ui, neue Erfahrungsstufe. Dann werde ich doch meine Einschlagskraft vergrößern. Oder meine Energiebezählung. Ja, wobei, so viel Energie habe ich gerade gar nicht. Dann werde ich lieber meine Einschlagskraft vergrößern. Na, komm her. Du und C. Äh, C, genau. Du und du. K. Einschlagskraft. So. Dann bin ich da auch maximal. Und dann werden wir mal sehen, wo es hier weiter geht.